Ihr prominenter Besuch hier in Drennsteinfurt, der Trabbrennfreund Hannes Bongatz, ehemaliger Bundesliga-Profi und Trainer. Was verschlägt Sie hin? Ja gut, die meisten, auch was Fußballfans sind, wissen, dass mein Herz im Hobby für den Trabbrennsport schlägt. Und deswegen, die Zeit erlaubte mir heute, dass ich hier nach Drennsteinfurt kommen kann, wo ich wirklich immer sehr, sehr gerne hingekommen bin. Und ich hoffe, dass das auch noch immer so bleibt. Ja, aber heute beginnt in vielen Amateur-Ligen der Fußball-Sport. Da ziehen Sie deinen Trabb-Sport vor an so einem Sonntag. Ach, die Jungs, die ich betreue, da heißt es vorher arbeiten und die können noch ohne mich alleine spielen. Ich bin Tag für Tag auf jedem Platz, beim Training, bei Spielen und die Saison ist lang. Ich denke, das kann man sich mal erlauben.